Okay, nochmal gucken. Die Fläche, ist das jetzt wirklich alles fertig? Ich denke schon. Hallo und herzlich willkommen zur 231. Folge Minecraft viel zu biest hier auf dem Multiplayer-Server. In der letzten Folge haben wir hier mal so ein bisschen das Gelände abgeflacht oder wie man das auch immer nennen mag. Auf jeden Fall... Ups, den wollte ich... Ups, den ich nicht schief hier. Ich nehme ein bisschen ein bisschen in die Fläche. So... Ups, den ich auch nicht schief. Das war's. Dann haben wir noch einen daer Karolisch-Server noch gefallen. Jetzt kommt es an die Fläche. Das ist so sehr, sehr schön zu Cartolisch. Tschüss! Statt... Töck! Ah! Töck! Das war's für heute. Gut, einsammeln und dann können wir hier wieder Erde hinlegen. Das war's für heute. Und hier auch wieder zack. So. 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 Und dann nehmen wir den Rest hier weg. ok jetzt müssen wir nur noch stein durch erde setzen also sprich hier den stein wegnehmen erde drauf packen und gut ist gewesen und dann müssen wir noch ein bisschen essen. Das war's für heute. Das war's für heute. Da haben wir eine schöne Grünfläche geschaffen. Das machen wir jetzt hier natürlich auch noch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, hier noch Erde rein. Und dann haben wir's. Wir haben eine zusätzliche gerade Fläche. Also eine Wiese geschaffen. So, das müsste passen. Ich weiß, was fehlt. Wir brauchen diesen Orangenschlüssel, um das Ding abzubauen. Wir haben gar keinen mehr. Oder ist der da doch noch in der Kiste drin? Ich glaube, den habe ich rausgenommen. Okay. Machen wir das erstmal anders. Und dann haben wir das 24 Stück. Und dann haben wir schon mal wieder drei Diamanten. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg, Kies weg, das weg, Pflastersteine behalten. Das heißt, wir brauchen Bronze, fünfmal, ne sechsmal. Da haben wir fünf, gebrannter Ton, Bronzeblock. Das sind neun, die reichen dann natürlich. Wer kommt da? So rum ist der. Okay, das kann schon mal wieder weg. Zack, der kommt da drunter, der kommt da rein, der kommt da rein, den packen wir da hin und der da lang. Okay. 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 Wow, wow. ja der arbeitet schon seitlich gut jetzt kann er machen und der rest kann hier erstmal weg der schlüssel auch erst mal weg okay noch mal gucken die fläche ist das jetzt wirklich alles fertig ich denke schon höre ok einmal kurz schlafen das kommt dahin und dann würde ich sagen gucken wir mal ob wir noch kabel haben dann haben wir drei brauchen aber neun also hiervon nochmal sechs ok und dann können wir hier direkt den nächsten hinsetzen das sind 123456789 dann wollen wir mal hier wieder so ein bisschen eisen rausholen ok wie viel ist hier noch drin 33.000 ok das ist eine menge ja ich muss gestehen ich weiß noch nicht was wir in der nächsten folge machen werden aber diese folge ist auf jeden fall erst mal zu ende schön dass ihr da wart mich würde es freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid lasst einen Daumen da einen Kommentar aber da immersed noch nicht bis dann tschüss Vielen Dank.